Servus und willkommen zu diesem Video. Damit möchte ich nochmal mein YouTube-Programm in Erinnerung rufen bzw. jenen vorstellen, welche es noch nicht kennen. Es gibt drei fixe Themen zu fixen Terminen. Angefangen an jedem Montag um 16 Uhr. Da gibt es immer ein Video zu meiner Serie Mail mir mal Müll. Hier verschwende ich Zeit und Energie von Scammern mittels E-Mail-Verkehr. Worum es geht? Kreditangebote, Spenden von Millionären und Institutionen, Erbschaften von schon Halbtoten und vieles mehr. Ziel ist es, im besten Fall die Scammer in den Wahnsinn zu treiben, zumindest aber ihre Nerven zu strapazieren und deren Zeit zu verschwenden. Denn je mehr ich sie beschäftige, desto weniger Zeit haben sie, um andere zu betrügen. Weiterer Fixpunkt sind jeden Mittwoch um 16 Uhr meine Videos aus der Reihe Betrugsvarianten aus aller Welt. Hier analysiere ich Betrug aus allen Bereichen. Vom Schlafzimmer über den Autokauf, im Urlaub oder bei der Kaffeefahrt. Wie wird es gemacht und worauf muss man aufpassen, das ist der Hauptaugenmerk. Jeden Freitag gibt es um 16 Uhr ein Video bzw. Hörspiel, wo mit den Scammern am Telefon das gleiche gemacht wird, wie ich es sonst per Mail mache. Unterhaltsamer und lehrreicher Content. Und neben diesen drei Hauptkategorien gibt es dann außer Programm immer wieder Videos zu aktuellen Anlässen oder auch Miniserien wie etwa Scamhistory. Berühmte Betrugsfälle Also es ist ein bunter Mix rund um das Thema Betrug. Ich freue mich über jeden zu sehr. Damit meine Videos aber noch mehr Menschen angezeigt werden und diese dann vor den unterschiedlichen Betrugsvarianten gewarnt werden, muss ich dich um ein Abo mit Glocke bitten. Jedes Like zu einem Video und jeder Kommentar helfen natürlich ebenfalls. Und wenn du meine Videos auch noch in deinen Social Media Kanälen teilst, dann hilft es sicher noch mehr Menschen. Und wenn wir schon von Social Media sprechen, dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich auf Facebook, Instagram und Twitter ebenfalls vertreten bin. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung und wenn du mir auf zumindest einem Kanal folgst, dann bist du immer up to date. Weiters möchte ich dich darauf hinweisen, dass ich gerne auch über reale Betrugsfälle meiner Zuseher ein natürlich anonymes Video machen würde. Solltest du also deine persönliche Scam-Geschichte mit uns teilen wollen, dann schau dir mein Einladungsvideo dazu an. Den Link dazu findest du wieder in der Videobeschreibung. So Freunde, jetzt wisst ihr soweit alles Wissenswerte. Ich danke fürs Zusehen und sage Servus bis zum nächsten Video.